Hallo ihr Lieben und Willkommen bei einem etwas anderem Video von mir heute. Wie ihr sehen könnt, sind wir gerade draußen. Also ich möchte heute euch ein Video zeigen, wie Nero im Wasser planscht und dabei Spaß hat. Ich wollte das eigentlich live aufnehmen, aber da der Wind so stark war und man mich nur ganz leise verstanden hat, muss ich das jetzt eben nachkommentieren. Ich hoffe euch gefällt aber das Video trotzdem. Und dann lassen wir das Plansch-Video beginnen. Also erstmal die Randdaten dazu. Nero schwimmt im Wasser nicht. Er geht zwar sehr gerne ins Wasser rein, er ist eine richtige Wasserrate, aber wenn er einfach keinen Boden mehr unter den Füßen hat, ist es für ihn, ja, es ist einfach nicht so seins. Und da fühlt er sich einfach unsicher, deswegen mag er das zu planschen, aber so lange nur, wie er halt stehen kann. Er ist dann immer voller Freude und übelst dann aufgedreht, wenn er im Wasser planschen und springen kann. Also das werdet ihr auch im Video merken. Da kommt da wirklich der ganze Spieltrieb von einem richtigen Junghund raus. Tauchen tut er manchmal mit der Schnauze nach den Leckerlis, das zeige ich euch dann auch später. Also man sieht richtig, wie er mit der Schnauze tief runter geht, um die herauszuholen. Man kann natürlich mit seinem Hund im Wasser mit schwimmbaren Apportierspielzeug spielen. Da aber Nero jetzt nicht so den Spaß an Apportieren hat, machen wir das nicht. Er würde das Spielzeug dann einfach nur im Wasser treiben lassen. Er würde vielleicht hinschwimmen und dann so sagen, ja, was soll ich damit? Also Apportieren ist nicht so seins. Dafür liebt er es aber einfach nur so zu planschen und so rumzutoben. Vor allem, wenn man ihn ein bisschen anstachelt. Leider kann man halt jetzt nicht sehen, was ich zu ihm alles sage und alles, da das halt leider nachkommentiert ist. Aber das ging halt aufgrund des Windes nicht. Eigentlich sollte es auch an dem Tag sehr schönes Wetter sein. War leider etwas bewölkt. Deswegen ist es jetzt auch nicht so hell und so voller Sonnenschein. Aber ansonsten hat es wirklich gepasst. Ihr seht auch, das ist total abgeschieden im Nirgendwo. Ja, Schnauze in die Kamera. Also wir sind da auch schon ein Stück weit weggegangen. Hier hat man einfach seine Ruhe. Hier sind eigentlich kaum Leute, wenn dann nur ganz vereinzelt Hundehalter. Und einen Angler habe ich hier auch schon mal gesehen. Es ist super. Mir gefällt die Stelle sehr gut, weil ich habe hier eigentlich ganz in der Nähe den Main-Donau-Kanal. Aber da ist der Abhang ziemlich steil. Und das ist halt hier, wo ich mit ihm bin, nicht der Main-Donau-Kanal, sondern ein anderer Fluss bzw. See. Und hier ist einfach ein schöner Abstieg. Ihr seht, ich kann hier eigentlich super filmen, weil das ist einfach so... Ja gut, es ist jetzt kein Strandabschnitt, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ja, nasser Hund, ne? Trocknet von alleine. Also ich muss da eigentlich nicht nachhelfen. Nur wenn man ihn jetzt ganz baden würde, also wenn er jetzt komplett ins Wasser gehen würde, müsste man ihn nachföhnen, da sonst das Unterwellen nass bleiben würde. Das Problem hat man halt mit einem kurzen Hund gar nicht. Also das ist halt das Praktische an einem kurzen Hund. Einfach mit einem Handtuch trocken rubbeln und das war's. Ich finde es immer ganz lustig, wenn er im Wasser das Trinken auch anfängt. Das sieht einfach so aus wie so ein überdimensionales Krokodil. Also das ist meine Meinung dazu. Ich finde es ganz schön, wenn er einfach so nach dem Wasser schnappt, wie hier jetzt. Ja, im Wasser wird er noch total zu so einem verspielten Junghund. Also ich habe noch einen Tipp für euch, wenn ihr einen Hund habt, der aber Angst hat, ins Wasser zu gehen. Also nicht jeder Hund geht von sich aus sehr gerne ins Wasser. Aber man kann dem Hund das Wasser ein bisschen geschmackvoller machen, am besten. Und einfachstens ist es natürlich, wenn ein Hund dabei ist, der eine totale Wasserrate ist, der selbst von sich aus ins Wasser reingeht. Da übersteigt die Neugier eures Hundes sehr oft die Angst und der Hund folgt dem anderen dann auch ins Wasser. Oder wenn euer Hund sehr Spielzeug fixiert ist und sehr gerne apportiert, könnt ihr auch mal so ein wasserfestes Spielzeug reinschmeißen. Also welches, was nicht sinkt. Aber ich würde euch auch empfehlen, zu Beginn nicht so weit reinzuschmeißen. Weil falls der Hund das Spielzeug nicht holen will, dass ihr das selbst noch zu fassen bekommt. Weil das wäre dann einfach schade um das Spielzeug. Ihr könnt auch natürlich, wenn das Wetter passt und ihr in so ein Badesee-Baggerloch seid, selbst mit ins Wasser gehen und den Hund zu euch reinlocken. Aber meistens braucht es einfach seine Zeit. Also es gibt auch sehr viele Hunde wie Nero, die zwar gerne im Wasser sind, aber nicht schwimmen. Und es gibt auch noch andere Hunde, die auch sehr gerne schwimmen. Die gehen da auch wirklich tief rein. Und sind auch leidenschaftliche Schwimmer. Vor allem Retrieverrasen. Also ich kenne keinen Retriever, ist mir zumindest nicht bekannt, der kein Wasser mag. Also das sind ja die ultimativen Wasserraten. Sowas gibt es eigentlich noch so zu erzählen. Ja, Randinformationen noch dazu. Also ich werde mich wahrscheinlich auf YouTube umbinden. Mein Name deutet ja nicht so sehr auf meinen Kanal hin und was ich mache. Und das ist einfach durch diese Zahlenkombination und das Doppelte I. Also ein bisschen kompliziert. Vor allem wenn man das nur so hört, weiß man auch gar nicht, wie man das am besten schreiben soll. Ich werde mich wahrscheinlich also in Julis Tierwelt umbenennen. Ich bin mir halt noch nicht ganz sicher. Da möchte ich einfach auch euren Vorschlag hören, was ihr davon haltet. Oder ob ihr auch einen besseren Kanalnamen für mich hättet. Da würde ich mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr mir diesen einfach in die Kommentare schreibt. Und ich schaue dann einfach, was mir dann einfach persönlich am besten gefällt, was auch am besten zu diesem Kanal hier passt und werde mich dann im Laufe der Zeit auch umbenennen. Also erschreckt euch nicht, wenn ich plötzlich irgendwie anders heiße. Deswegen erwähne ich das jetzt in dem Video nochmal, damit da keine Missverständnisse kommen oder damit ihr euch nicht denkt, oh, wen habe ich denn hier abonniert? Ne, das bin immer noch ich. Aber ich werde das wahrscheinlich noch auf Twitter kurzfristig ankündigen. So, das ist hier meine kleine Badenichse. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sieht. Nach dem Baden hat er immer so ziemliche Steckenfüße. Da seht ihr einfach, wie viel Fell das in Wirklichkeit ist und ja, wie viel Fleisch bzw. wie viel Gewicht. Weil viele meinen ja, ja, wie viel wiegt denn dein Hund und er wiegt doch bestimmt 40 Kilo oder sowas. Nein, Nero wiegt 21 bis 23 Kg. Das wechselt sich immer so. Das ist ein super Gewicht eigentlich für seine Größe. Er hat auch überhaupt kein Fett oder so an sich dran, sondern wenn man richtig hinlangen, spürt man das, dass es wirklich durchtrainierte Muskeln sind, weil er läuft ja auch sehr viel und zieht. Und diese ganze, ja, Masse, das ist wirklich Fell und das täuscht es wirklich. Also ich weiß noch, wo ich beim Tierarzt war und der gleich zum Eingang hat, der wiegt doch sicher 39 Kilo und ich so, nein, fast vorbei 23 und da hat er erstmal geschaut. Ja, da sieht man auch, wie er voll aufgedreht ist und sich mega freut über das Baden. Ui, da sieht man nochmal, wie er volle Kanne in das Wasser reinrast und wieder zurück. Eine kleine Rennsemmel. Und ja, das war's sozusagen mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte einfach noch so ein paar Punkte mit ansprechen, beziehungsweise Änderungen, die auf meinem Kanal kommen. Wenn ihr immer Themenvorschläge habt für mich, würde ich mich auch immer freuen, wenn ihr mir diese mitteilt, beziehungsweise mir diese reinschreibt. Darüber freue ich mich sehr, weil dann kann ich einfach schauen, ja, was wollt ihr sehen, für welche Themen interessiert ihr euch und da kann ich auch meine Videos auch ganz gut planen. Ich habe zwar jetzt noch ewig viele Themen für die Zukunft, aber es schadet ja nie, wenn man einfach neue Themenvorschläge bekommt. Deswegen freue ich mich darüber. Immer ganz schön. Und natürlich, wenn ihr immer fleißig kommentiert, eure Meinungen schreibt. Das freut mich immer sehr und ja, das war's mit dem Video hier. Wir sehen uns bald in den nächsten. Okay, Leute. Tschüss und macht's gut.